Wow. Vesuvio! Willst du? Soll ich? Nein, du kannst sprechen. Endlich! Ich bin Vesuvio. Der Patron des Feuers. Unglaublich. Diese Typen haben mich tatsächlich als Heizung missbraucht. Naja. Ich danke euch vielmals und helfe euch ab jetzt. Vesuvio, die Heizung schließe ich uns an. Cool. Jetzt hab ich auch Angriffszauber, stell dir vor. Cool. Ihr Trottel! Habt ihr diese Kinder nicht erkannt? Äh, genau. Jetzt ist Vesuvio weg. Aus der Traum. Hä? Der Mannersamen aus dem Feuerpalast? Wovon redet ihr? Hat ihr was vom Mannersamen gedacht? Hä? Fragt doch mal den alten Mann, den wir dort gesehen haben. Knappe! Ja? Kommt Jungs, wir gehen! Aber ist das ein Kerl wirklich? Das ist eine Tussi. Das ist eine Tussi? Wir brauchen nirgends woran zu gehen, weil hier ist nichts mehr. Die haben nämlich hier versucht, einen Urlaubsort herzustellen in dieser kalten Wüste. Und haben Vesuvios... In dieser kalten Eiswüste und haben natürlich die, äh... ...haben natürlich die Preise für die Häuser hier extrem teuer gehalten. Aha! Das ist so gut, dass wir unsere Heizung bekommen haben. Hehehehe So, jetzt kann, ich kann, ich kann zaubern. Ich kann zaubern! Boom! Feuerklinge, Flammenmann, Flammengas. Was? Hast du wieder Chili gegessen? Hehehe! Nur leider bringt das nicht viel, weil Vesuvio noch nicht gelevelt ist. Floppen, 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 Floppen. Ja, sie brennen. Haben und zu tot. Ja. Sie brennen, haben gebannt und sind tot. Sie wurden tot gemacht. Sie wurden gegrillt. Ja! Wallsteak, hmmm. Ah! Er ist bewusstlos. Nein, er ist nicht bewusstlos. Jetzt ist er bewusstlos. Nein, ich würde sagen, das ist Raffi. Juhu! Diese Kälte! Und ihr? Was wollt ihr? Miauns, genau! Wie kann ich helfen? Kaufen! So, der hat auch nur dasselbe, was wir auch schon die ganze Zeit haben. Raffi, du wirst zunächst zu gebrauchen, noch etwas? Was? Ich würde sagen, wir speichern mal. Wollen wir Pause machen und dann weiter und so? Ja, dann keine Pause. Genau, aber erst speichern. Ein kleines Pauschchen. Wir verabschieden uns, indem wir den Bildschirm schlagen. Oh, ganz viel Glitzerglitzer. Ich mag glitzernde Dinge. Das mag irgendwie jede Frau. Also, wir machen eine kleine Pause und sehen uns dann gleich wieder. Du, und sehen uns das nächste Mal. Also, tschau tschau! 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 Tschau!